Medien mit Weida Video Laut der aktuellen Trendstudie Timescout nutzt jeder zweite deutsche Jugendliche Facebook. Verwunderlich in Anbetracht der Tatsache, dass die Stiftung Warentest erst kürzlich erhebliche Datenschutzmängel feststellte. Medien mit Weida fragt, was macht das Netzwerk so beliebt? Nutzt du die Social Community Facebook? Nicht wirklich, nee. Eigentlich gar nicht. Ich bin zwar angemeldet, aber nur um mit Freunden aus Australien ein bisschen zu schreiben. Ansonsten gar nicht. Ja, natürlich. Täglich. Um mich mit alten Freunden zu unterhalten, die man lange nicht mehr gesehen hat. Keine Zeit. Also ich kenne das zwar als Plattform an sich, aber... Nur auf Facebook? Nö. Weil es aus Amerika kommt. Welche Funktionen nutzt du hauptsächlich? Facebook? Ja, also die Pin-Wand-Funktion eigentlich. Den Rest finde ich ein bisschen übersichtlich, ehrlich gesagt. Wenn ich irgendwo bin, lade ich einfach schnell Fotos da hoch und dann ist es einfach schneller, als wenn ich die per E-Mail verschicke, zum Beispiel. Das Nachrichten, die Nachrichtenfunktion. Also mit denen eben Nachrichten zu schreiben. Also weniger jetzt irgendwelche Apps oder andere Funktionen. Bist du bei alternativen Netzwerken angemeldet? Ähm, ja. StudiVZ und MySpace. Lokalisten. Ich bin eigentlich mehr auf StudiVZ so. Fazit. Das von der Trendstudie Timescout ermittelte Ergebnis konnte an der Hochschule mit Weida nicht belegt werden.